Wer wollt´s weiter? Ich war ein bisschen am dritten, meine Damen und Herren, mit der Kuschel, mit der Nummer 8. Ist der dritte richtig? Ja! Danke, meine Damen und Herren. Kuschel, ihr rechter, mit der letzten ein bisschen Ergebnisse in dieser Saison, der Ungarn mit der Nummer 8. Und hier kommt das Aufbild der Rhein auf den letzten Metern, wie es hier ist, Puppe, nach 190 Kilometern. Achtung, Zieleinlauf, der Rennfahrer hier. Hier, Stefan Rabic, Puppe, nochmal ein Team. Denen geht´s natürlich gut mit dem Sieg von Markus Seiböcker. Aber fast hätten sie´s geschafft und die Spitze eingeholt. Ein heroischer Kampf, der die Radsportler hier in Puppe hat. Meine Damen und Herren, vielen Dank für den Applaus, den Sieg den Sportler geben. Mit dieser tollen Leistung, mit der Nummer 26. Ist das Lukas Zeller gewiss, der ihr das Ziel erreicht hat und die Kürze. Ihr habt mir den Radsportler zur Kreisverteilung und Siegerjährung hier gebraucht. Vielen Dank. Vielen Dank.